So, heute mal ein weiteres sinnloses Unboxing, diesmal von einer Blu-Ray 3D und zwar von dem Film Sanctum. Und hier habe ich die Blu-Ray 3D und auf der Vorderseite wird auch darauf hingewiesen, dass dieser Film auch in 2D abspielbar ist. Und dann werde ich einfach mal die Verpackung lösen und das Scheibchen entlösen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, die Verpackung zu öffnen. Und da haben wir zum einen auf der rechten Seite die Blu-Ray 3D und ein kleines Booklet. Hier dann auch ganz gut zu sehen, dass von der Innenseite her es ein Wendekover gibt, ohne das FSK-Logo auf der Vorderseite. Und das können wir hier wenden. Dann sieht das Cover dann halt so aus. Und im Booklet befindet sich ein Werbeteil auf der Rückseite. Und auf der Vorderseite die technischen Details, eine Kapitelauswahl und Darstellerinfos sind fast schon deutlich mehr als bei manchen anderen Blu-Rays so dabei ist. Da wird meistens noch total auf ein Booklet verzichtet. Den Film werden wir uns gleich ansehen. Und zwar natürlich in 3D. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.